Wie hat denn Ihr Ehemann, oder soll ich sagen noch Ehemann, reagiert, als er von Ihrer neuen Beziehung erfahren hat? Das muss ich mir nicht länger anhören. Stoppen Sie sofort die Kamera! Und dann vor allem mit seinem eigenen Bruder. Diesen Rachefeldzug können Sie als Erfolg verbuchen. Schluss, aus jetzt! Aber Frau von Beinbach, eine Dame aus den höchsten Kreisen der Gesellschaft, ein moralisches Vorbild, sollte man da bei allem Einsatz für die Wohltätigkeit das Privatleben einfach ausblenden? Verlassen Sie sofort mein Haus! Und Journalisten geht es ausschließlich um die Wahrheit. Und ich habe doch nur ganz harmlose Fragen gestellt. Fragen? Fragen nennen Sie Ihre dreisten Unterstellungen! Sie hätten doch Gelegenheit gehabt, alles klarzustellen. Wenn Sie diese Chance nicht nutzen und stattdessen ausfällig werden... Ich glaube, das reicht jetzt. Packen Sie Ihren Kram ein und verschwinden Sie! Wenn Sie sich nicht äußern wollen, könnten wir auch Ihren Schwager zu Bord kommen lassen. Ist Herr Bernd von Beinbach noch im Haus? Soll ich die Polizei anrufen? So wie Sie Ihren Job ausüben, wäre das bestimmt nicht die erste Anklage wegen Hausfriedensbruch. Von einer Familie wie der Ihren hätte ich etwas mehr entgegenkommen und Höflichkeit erwartet. Soll ich noch das Beschwerdebruch kommen lassen? Guten Morgen. Hm, wie ein frischgebackener Pumpernickel. Hier ist Ihre Post, hier ist Ihr Wallstritschernal, hier ist meine Kündigung. Kündigung? Was soll das heißen? Sie machen keine Überstunden mit mir, Sie buchen mich nicht übers Wochenende aus. Sie haben wirkliches Interesse verloren am Umlaut. Also ist offensichtlich, dass ich hier nicht mehr gebraucht werde. Sie wissen, warum wir haben einen Hausgast? Sie haben gesagt, Sie bleibt nur zwei Wochen in Berlin. Kann ich was dafür, dass Sie die Berlinitis gekriegt hat? Das ist seit zwei Monaten hier. Ja, Sie ist gerne hier. Was soll ich Ihnen tun? Soll ich Sie rauswerfen? Muss ich nicht wieder zurückfangen? Ich bin in Georgia, da fängt es nicht drauf an. Come on, das ist doch Unsinn mit der Kündigung. Ich habe verschiedene Offerten bekommen, schließlich bin ich Bilingüist. Wem sagen Sie das? Erinnern Sie sich noch an die russische Handelskommission? Die rufen mich unentwegt ein. Die sind dann zurück nach mir. Kein Wunder, die sibirischen Wölfe. Suchen Sie sich eine andere Sekretärin. All right, Diktat. Stellenangebote an alle Biner Zeitung. Schreiben Sie... Gut aussehender Geschäftsmann, mittleren Alters, sucht junge Sekretärin, hübsch, vielseitig und verständnisvoll, erstklassiges Gehalt unter besten Bedingungen und Nebeneinnahmen. Nebeneinnahmen, was heißt das? Kleine Extras. Also zum Beispiel, heute Morgen ging ich an ein Modegeschäft am Kurfürstendamm vorbei und da war ein weißes Organdi-Kleid mit Punkten und passendem Hut. Taschen, den passenden Schuh dazu? Ja, warum nicht? Ich nehme den Job. Sie haben ihn. Dankeschön. Gerneschön. Räuft er nicht mit dem Kaugummi. Ja, das wäre dann alles, Fräulein Ingeborg. Später mehr. Jederzeit. Sag mal, wo ist eigentlich meine kleine Schwester? Ich habe sie da hingesetzt. Ey, sag mal, du solltest doch auf sie aufpassen. Hab ich auch. Wilma? Wilma? Wilma. Da ist er. Boah, bin ich froh. Ich habe dir wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. So was von verantwortungslos. Wo warst denn du so lange? Die Schmidt wollte noch mal ein bisschen Gasse geben, bevor sie sich an der Himmelsworte wie Flossenbund klopft. So ist das also. Ich bin nach der Diagnose von Mainz direkt zum Protokoll und ab nach unten. Tut mir leid, dass es heute mal ein bisschen länger gedauert hat. Ein bisschen. Ey, komm, diese Nikotin-Junkies machen täglich das Doppelte an Pause. Du hast wieder gestochen, oder? Komm mal. Hammermäßig, oder? Also hier bin ich ein bisschen weggerutscht, aber für die kurze Zeit ist doch absolut geil. Ey, New York-Style. Was ist? Willst du darüber reden? Nein. Jetzt? Nein. Dann lass uns über was anderes reden. Okay. Wer ist denn der Vater? Die Sache ist die. Ich habe es dem Vater noch nicht gesagt. Ich denke, man sollte es auch keinem anderen sagen. Ja, das verstehe ich. Das ist nur fair. Ist das Tim? Conny. Ich höre schon auf. Danke. Es ist Robert. Es ist Robert. Es ist Thomas. Stell dich auf damit, ja. Ich werde es dir nicht sagen, solange er es nicht weiß.